Ja, ich fahr auf den Berg hoch. Wenn du in den Wald willst, also hier sieht es gut nach Wald aus. Allerdings ist das zwischen der Stadt und den Fünf heute. Seht ihr das, was ich sehe? Genau hier. Nein! Das ist zu weit weg. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Okay, souverän gelöst. Mario Stunt eben hat mir schon gereicht. Er hat sich aufgewirkt mit seinen Stunt. Ich will überleben. Du fährst da jetzt noch wirklich hin? Okay, dann mach das so, dann lass uns wenigstens hier raus. Nein. Nein, wir wollen mit. Ja. Umtöend hier rechts. Wir werden das nicht überleben. Ich opfer das Team für den Loot. Boots! Ah, super! Boots! Ja, boah, den Loot kriegst du aber nicht. Boots! Ich verbrauch aber nicht unseren ganzen Treibstoff, wir brauchen den noch. Boots! Mach hin. Bischos. Das ist einfach auch! Das ist einfach auch! Alter! Zwei Teams! Was? Nein! Ah! 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 Ich hab noch einen ausgenommen. Ich hab hier drei Leute. Ich hab hier drei Leute apprasiert gerade. Ja wie geil. Wir sind ja noch mehr. Warte kommt Chris. Hol mal die zwei die hier liegen. Und rechts von dir liegt noch einer. Ja Alex mach doch mal. Hol die mal. Alter das bin ich du Hund. Fick dich. Hinter dir ist einer der liegt. Alter das machst du. Du musst gleich überfahren. Du musst überfahren. Der hat mich nicht mehr an der Hand getroffen. Der hat mich echt nicht mehr an der Hand getroffen. Das ist Pupke Junge. Welcome to Pupke. Alter. Schieß mal die zwei Typen auf den Boden. Wer wird abgeknallt? Alter ich hab jetzt. Ich hab das ganze Team apprasiert. Und hier macht gar nichts. Hier macht gar nichts. Ich hab zwei Typen da unten gekriegt. Ich hab drei Typen da unten gekriegt. Von irgendwie zwei Typen die kamen. Ich bin sofort drauf gegangen. Weil einfach vor mir ein Typ in der Shotgun war. Und ich hab einfach die Snipe in der Hand gehabt. Und ich hatte einfach keine Schnitte gegen Typen. So krass. Das hat mir so geilen Loot. Ja echt. Toll Mario. Und du wolltest unbedingt zum Loot. Ja. Ich. Ja klar. Also Mario. Wir waren dabei immer. Ey Leute. Wir waren immerhin die ersten die da waren. Ganz eindeutig war das mein Loot. Aber es war dann immer scheiß Maschinenpistole. Naja die ersten können wir nicht gewesen sein. Wenn Christian ausgestiegen ist. Und das schon Typ in der Sport stammt. Nein. Die haben uns ja gerammt das Auto. Und dann stand. Dann ist der Typ raus gegangen. Oh ok. Und dann stand der einfach vor mir mit der Shotgun. Und ich hatte noch die Sniper in der Hand. Die sind ja direkt nach uns gekommen. Die sind so zwei, drei Sekunden hinter uns. Ok wir werden weiter. Ok wir werden noch mal spielen. Aber ich hab doch gesagt. Ich auch vor meinem. Ticken. Mit wem? Nein danke. Mit deiner Mama. Wie viele leben bei euch noch? 1,50. Einschieß ich von euch. Ach dann hat's ja gerade so angefangen. Und du bist doch auch ein Mantel. Dann ist doch auch einer von denen. Wir haben schon 2 Minuten da gespielt. Also ganz am Anfang möchte. Das ist ja nicht so. Oh die neue Zone ist immerhin. Ist da ein Mantel bei dir? Äh. Halek? Ja. Hahaha. Mantel. Oh sch... Was passiert? Äh. Spieler. Sag mal. Er ist tot. Ist da noch einer? Äh. Ja der Kollege ist ähm. Sofortgeschwo. Äh. Hier. Wo ich gerade hinlaufe. Dein Kollege ist ausgestiegen. Er kam von der Haut zu hinter uns. Warte mal. Da kann man hooten. Was hat die dabei? Ja ich... Ich muss ja gar nicht gucken. Äh. Äh. Der Typ ist ausgestiegen und draufgekommen. Ja er ist ausgenockt. Ja er ist ausgenockt. Der Kollege ist dann ausgestiegen. Wollte dazu dann mit dem Typen rennen. Und ich bin dann einfach... Du sagst Gegner und ich freu mich schon. Yeah ich kann meine K98 nicht einsetzen. Dann sind wir schon. Alter hatte der schon noch nie wieder. Ja ja. Hier links ist doch bestimmt jemand. Ja. Dann. Du willst ja aber eher auf den Diesel aufpassen. Boah. Jetzt könntest du ja eigentlich mal hinten laufen. Ja da will ich auch hinten laufen aber... Da können Leute sein. Ich glaube da sind auch Leute. Zumindest wurde von da geschossen. In die Richtung her. Ja von der Richtung her. Ach wir müssen ja eh auf den Hügel. Naja. So wie es aussieht. Also hinter den Hügel sogar. Links Fahrzeug. Fährt unterhalb. Alter hier ist einer mit der Schottgrenze aus. Das ist ungünstig. Noch ein Stück vor. Ja ja noch ein Stück vor. Noch ein gutes Stück vor. Gutes Stück. Wie weiß ich nicht ob der auf dem Tor geschossen hat oder ob der... Zum Pelsen. Oh Schuss. Richtung Süden ungefähr. Ich sehe es noch nicht. Warte mal. Ich glaube da ist... Oh fuck. Ich habe ihn gerade gesehen. Was auch? Wo ist denn der? Ja Richtung Süden. Ach da. Ja ich habe es auch gesehen. Kann halt nur... Kannst du dich heilen? Ja ja ich heile mich gerade. Ich sehe es nicht. Ja ich sehe ihn so nicht. Ich sehe ihn halt nicht. Ja jetzt sehe ich ihn wieder. Wow. Ich heile mich. Oh fuck. Pass auf. Ich bin in Deckung. Warte. Ja. Warte ich heile mich hoch dann kann ich auch Granate schmeißen. Und dann stürmen wir. Die haben wir jetzt einfach. Ja. Das ist der SKS glaube ich super. Dann müssen wir in der Kiste fahren. Sowas. Also ist auf jeden Fall ein Parallrauto. Da brauchen wir auch keine Ahnung. Schwer hat es mit, warte. Alter. Was machst du da? Ich habe auch keine Ahnung zu messen. Ja aber doch nicht zu offen. Du bist ein Zweck. Joa und jetzt? Möchtest du dich nicht heilen? Ja ja. Tot. Okay. Da sind noch zwei. Der ist sofort gestorben. Ich guck dir mal rein. Oh du dann den Spritzer. Warte 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 warte. Ich nehm die anderen den Spritzer. Ja bitte. Ja jedenfalls sind wir ihn auf der guten Seite sozusagen. Einrichtung durchlaufen oder auf die andere Seite? Ähm. Ich weiß es nicht. Ich kann das schlecht ausdecken. Warte. Ich will einfach nur rein. Also sind wir jetzt immer noch? Ja. Wir sind nur noch 16 Minuten. Dann rein in die Anlage. Was? Wir mussten halt ein paar Leute umbringen. Sorry. Sorry du Motto. Äh rechts zu Gegner. Zwei Leute. Zwei Leute. Wo ist das? Hinter der Mauer. Ich lauf ruhig. Ich lauf durch. Au. Nein. Bitte nicht. Nein ich sehs. Die sind direkt hinter uns. Alter. Was war das? Haltesteller. Ab ein. Ja ich sehe. Da ist noch einer. Ja ich muss mich heilen grad. Ab und kill. Granate. Wo ist der andere? Ich weiß es nicht. Ich muss mich auch heilen würde. Bestellverkoffer. Ach das lohnt sich nicht. Ich will keinen gleich. Ich höre ich. Oh scheiße scheiße. Granate. Granate. Ich habe keine. Achso ich habe einen. Energy drink. Brauchst du noch weitere? Ne ich habe noch. Ne ich habe keine mit dem Vorrat. Aber ich werde wieder gehalten. Ja ja ja. Energy drink. Ich glaube zwei. Danke. Granate. Ich habe einen Spieler gesehen. Treffer. Nicht Treffer. Er ist ausgenommen. Okay. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Oben ist noch einer. Ja. Treffer. Nein wir müssen weiter. Fack 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 fack. Ich mache so viele. Ah direkt vor uns ist ja einer. Ich komme an dem nicht dran. Ah welchen wir jetzt? Treffer. Ja aber er wurde von rechts getötet. Mal kurz hier durch. Was du das? Ja. Ne es war ein anderer Spieler. Ja aber ich meine die Steps. Ich sehe keinen mehr. Ah ich sehe 250. Ja das sind die letzten beiden. Ach die letzten beiden. Treffer. Ja. 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 Das war gut. 5 Kills. Und du? 3. Ey. Perfektes Team. Perfektes Team. 3 Assists oder so. Ja. Ich habe keinen. Halt die mit Karte und dann hat sich 3 Treffer aus auf Body. Ja. Kommt auf allem was die haben. Also den einen habe ich zweimal auf Body getroffen. Ja wenn ich so eine stube 2 bekomme, kannst du 3 besser machen. Ja aber ey super. Das war echt geil. Jatså should ich. Dann begrüße ich auf die Kamera zu. Das ist ja egal. Wahrscheinlich ist das eben so fruition. Vielen Dank.